Was sollte ich tun? Sie gegen ihren Willen küssen? Aber war es denn auch gegen ihren Willen, oder behagte ihr bloß die Situation nicht? Die Gedanken kreisten wie auf einer wilden Achterbahnfahrt durch meinen Kopf. Ich wollte nichts falsch machen. Das hier war Sarahs Abend. Ich war nur ihr Begleiter. Sie sollte bestimmen, was in Ordnung für sie war und was nicht. Dennoch gelang es mir bloß schwerlich, meinen Blick von ihren vollen roten Lippen abzuwenden. Zu verheißungsvoll und so unglaublich nah waren sie für mich, dass ich Auroras Aufforderung am liebsten sofort nachgekommen wäre. Doch ich wusste auch, dass ich besonnen an die Sache herangehen musste, wenn ich wollte, dass mir Sarah vertraute. Für mich war das nicht mehr nur ein reines geschäftliches Abkommen. Aber wie sah es für sie aus? Kapitel 11 Sarah Das hatte Mama wieder fein eingefädelt. Ich war noch keine zehn Minuten zu Hause und schon fand ich mich Matt gegenüber unter dem Mistelzweig wieder. Was sollte ich nur tun? Ihn küssen? Oder doch besser nicht? War Küssen Bestandteil unserer Vereinbarung? Oder überschritt ich damit nicht eindeutig unzählige Linien, die nach wie vor zwischen uns bestanden? Im Grunde hatten wir uns bisher wenige Male eher zufällig berührt. Nur das vorhin im Auto war definitiv anders gewesen. Als Matt mir die Haarsträhne aus der Stirn gewischt hatte, war mir bei dem Gefühl seiner Fingerspitzen auf meiner Haut eine Gänsehaut über den Körper gegangen. Der Moment war so intim und vertraut gewesen. Es war mir nicht merkwürdig vorgekommen, Matt so nahe zu sein. Aber da hatten wir auch keine Zuschauer, die mit Argus' Augen über uns wachten. Mr. Williams zählte nicht, da er viel zu sehr mit seinem Schwämmchen und dem Regenschirm beschäftigt gewesen war. Mr. Williams zählte nicht, da er viel zu sein.